Ja, hallo und das sind wir wieder bei Marvel Avengers. Ja, Spezialoperationen warten wir immer noch vergeblich drauf. Das einzigste, was ich jetzt gemacht hatte, war ein bisschen Training. Und ja, wir machen dann heute wieder PvP. Wir waren das letzte Mal gut dabei. Und es sieht heute aus minus 52. Aber wir sind immer noch in der Diamant-Liga. Wie viele Kämpfe hatten wir denn diesmal? Vier Stück. Gut, das heißt, wir sind noch so gerade eben drin. Das heißt, es wird jetzt heute bisschen schwieriger, die fünf Kämpfe auf einmal zu schaffen. Da die Gegner natürlich schwerer werden. Seitdem wir verlieren den ersten jetzt direkt, dann wird es auch sofort wieder einfacher. So, oi oi. Ja, nee, ist klar. Kriegen wir direkt sowas hier. Iron Fist mit knapp 24.000 Leben. Ich habe jetzt genau 19.001. Und Sabre hat 19.068 und ein Wormes-Ski knapp 19.000. Alter, das ist doch nicht mehr normal jetzt. Ja, das heißt, wir werden mal jetzt, wenn alles schief läuft, mal eben locker flockig aus der Diamant-Liga rausfliegen. Ob wir dann gerade wieder reinkommen? Ich habe keine Ahnung. Weil das Problem ist ja auch, ich muss ja auf Iron Fist drauf. Ich habe ja sonst keine Chance. Ich kann jetzt noch nicht mehr versuchen, welche zu betäuben. Eigentlich doch. Und das war auch gut so. Das hat bei Shihak geklappt. Oh, beim Age geklappt. Hui. Ja, wir müssen uns wirklich komplett auf Iron Fist konzentrieren. Eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht, irgendwas zu reißen. Ich werde jetzt das Herztes von Shulau wegmachen. So. Dann werde ich mir erstmal Ausdauer besorgen. Für Sabre, weil die ist schon wieder fast leer. Ja, und dann gibt es eine Unterkühlung. Bei ihm ging ja gar nichts. Das Schöne ist, er geht momentan nur auf War Machine drauf. Das Einzige, was ich jetzt mache, ich muss Schaden machen. Ich muss... Oh, da geht das genau, das geht daneben. Aber immerhin sitzt das. Hui, ein bisschen Schaden, immerhin. Okay, noch 12.000. Wenn wir Iron Fist geschlagen haben, sieht das schon mal besser aus. Danach müssen wir uns definitiv, glaube ich, an Shihak, äh, halten. So, er hat noch 7.275. Jetzt gibt es nochmal das dazu. Sagen wir noch 5.800. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mit ihm angreifen, mit mir selbst angreifen und vor allem treffen. Dann ist er down. Ja, jetzt ist natürlich erstmal Shihak zweimal dran. Geht aber auch auf War Machine. Nicht umsonst, kommt da das Schildchen. Granitwurf. Betäubt ist er. Shit. Ah, er greift an. Ich will auch angreifen. Mal gucken, ob ich darf oder auch Iron Fist sagt nö. Er sagt doch, du darfst. Damit hat Shihak auch schon mal die Blutung drin. Oha. Oh, Gott sei Dank. Bei mir ging alles daneben. Jetzt kriege ich es auch nochmal ab. Ja, toll. Ich bin unterkühlt, magnetisiert. Ah, das ist doof. Jetzt. Stadt Schlauung holt er mal übelst rein. Ja, das ist doch zwei, zwei, äh, bla bla bla. Und das geht daneben. Scheiße. Damit ist die... Oh, Gott sei Dank. Komm, 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 komm. Ja, boah, das rettet mir so den Arsch. Ohne Scheiß. Das hat mir den Arsch gerettet. Boah. Damit ist Iron Fist weg. Er macht sich die Böse weg. Das ist mir kackegal. Das ist mir wirklich scheißegal. Ich muss zusehen, dass ich hier irgendwas geschissen kriege. Hier sind alle benommen. Ah, toll. Und wir kriegen beide nochmal so einen Scheiß ab. Ich bin auch noch erschöpft. Er dürfte jetzt nochmal, ne? Nein. Okay, ich mach's sofort so. Ich muss zusehen, dass ich Ski-Hike platt kriege. Wir haben jetzt Nahkampf. Fünfmal Blutzorn. Das sollte jetzt ordentlich wehtun. Gut. Gut, gut, gut. Noch 12.000. Noch 12.000. Wir haben noch nicht einmal den Salutschuss angewandt. Ging ja auch mit Iron Fist nicht. Aber jetzt sind's noch 10.000 übrig. So, machen wir das Spiel hier nochmal. So, und damit ist Ski-Hike dann auch erledigt. Boah, das ist... Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Sie ist definitiv down. Definitiv. Ist die weg. So, sag ich doch. So, ich bin erschöpft. Ich werde aber jetzt auf... Boah, sieht das heftig aus. Aber ich mach's so. Der Brauch, der Brauch... Das geht daneben. Ai, 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 ai. Das ist... Och, Berserker. Ich zieh die Berserker. Ohne Scheiß. Also, Sabre rettet mir so oft den Arsch. So, wir haben dreimal drin, ne? Ja, drei. Da machen wir nämlich so. Ich scheiß jetzt auf den Salutschuss. Okay, der Schaden geht noch. Dafür, dass wir viel Leben haben, macht er aber nicht so viel Damage, muss ich sagen. Ich finde, er hat auch ziemlich viel falsch gemacht. Und da kommt noch mal der Berserker. Das ist herrlich. Wenn er die Schiffrolle nicht dabei hat, sieht's schlecht aus. So, jetzt kriegt er noch mal 4,6 um die Ecke. Jetzt hat er noch 8.000. Zweimal Blutung ist jetzt so schon drin, obwohl Sabre noch gar nichts gemacht hat. Er setzt Schleier ein. So, eigentlich geht's nur darum, dass wir die Ränge wiederbekommen, die wir verloren haben. So, den haben wir geschafft. Und der war in Gold. Alter Schwede. Das war sehr heftig, finde ich. So, plus 12. Ich hoffe, jetzt wird's nicht noch schwerer. Weil gestern war's ja so, dass wirklich einer nach dem anderen schwerer wurde. Wir haben zwar alle dann gewonnen, aber... Ui. Und jetzt wird's richtig übel. Also, ich mag Scarlet Witch überhaupt nicht. Vor allem, wenn das dann sofort überhaupt nicht trifft. Und dann nichtmals der Realitätswob da eingesetzt hat, sondern einfach nicht getroffen habe. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir betäubt kriegen, weil ich hab's sonst... Wir müssen Scarlet Witch betäubt kriegen. Ansonsten sind wir gleich alle verhext. Und Scarlet Witch kriegt wieder nichts ab. Das ist jetzt ärgerlich. Dann, jetzt setzt er der Realitätswob ein. Gut, dass er nicht noch Realitätshacken drin hat. Realitätshacken kommen vom... Ich lasse mich nicht lügen. Ich glaub vom Würfel. Okay, dann, ähm... Ja, ich hab verstanden. Probieren wir's so. Gucken, ob's jetzt trifft. Ja. Endlich kriegt Scarlet Witch auch ihren ersten Schaden. Und jetzt direkt dreimal bluten. Das ist gut. So. Uh. Einfach ist es nicht. Autsch. Jetzt tut's weh. Obwohl, das ging. Das ging. Aber der Schaden, den sie jetzt schon hat, ist schon mächtig. So, er darf zweimal. Dann werde ich jetzt einmal so machen... Ah nein, ich bin desorientiert. Scheiße, ich hab's vergessen. Shit. Dann helfen ja nur Bereichsangriffe. Fuck. So, Einmarschalungskontakt ist drin. Uh. Wie daneben geht. Ja, da hab ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Und dann geht's das erste Mal schon daneben. Und das zweite Mal daneben. Oh, was ein Scheiß. Ja, ja. Mein Gott, jetzt hört doch mal auf, den War Machine so an zu kacken. Gut, dass wir das gleich alles los sind. Ist ja wohl logisch, dass ich jetzt die Schriftrolle nehmen werde. Walter und Dempfer, jetzt haben wir alle auch noch dunkle Lehre drin. Er darf nochmal. Er gibt der... Scarlet Witches Schild. Das hätte ich jetzt an seiner Stelle nicht gemacht. Weil ich kann das sofort wieder weg machen. So, jetzt ist erstmal alles weg. Wir sind auch unsere Desorientierung wieder los. Und das geht wieder daneben. Ich krieg diese Scarlet Witch nicht down. Das ist echt ätzend. Sie lebt definitiv noch. Angreifen wird sie auch noch. Es sei denn, die macht irgendein Chaos-Schild oder so. Dreck. Beistand. Nein! So, greif an und du bist down. Komm, 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 komm. Jawohl, sie ist weg. Gut, das hätten wir. Ab auf den Agent. Ich hab keine Ahnung, was er da noch hat. Aber der hat genug da. Dr. Strange ist dann alleine kein Problem. So, das sieht schon mal gut aus. Er wird jetzt mit Kampfbewusstsein zurückhauen. Jetzt gibt's eine schöne Schlägerei. Und er wird sich nochmal ein Bissken heilen. Hätte das Ding nicht, wäre er weg. Ja, ist doch gut. Ach, gut sei Dank, wollte ich sagen. Gott sei Dank ging das daneben. So, temporärer Vorteil. Du kannst ruhig dein Schild machen. Das ist scheißegal. Das machen wir natürlich jetzt auf Dr. Strange. Die Plasma-Klinge. Da scheiße ich komplett drauf. Au, aber das tat weh. Aber egal, da müssen wir durch. Das ging auch daneben. Vor allem, er hat nur einmal Strangskontakt. Der hat keinerlei Buffs. Jetzt müsste der Linderungsschub kommen. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ich hab's mir fast gedacht. Er darf nochmal. Was macht er denn jetzt? Wieder die Waldtorten. Oh, wir müssen Gas geben, Freunde. Ich werde das ganz anders machen. Ich werde Sabre heilen. Er ist von uns drei der Stärkste. Allein schon deswegen, weil er zweimal angreifen darf. Und auf Level 15 halt wunderbar schön seine Klasse-Spezialität zugekommt. So, ich werde mir jetzt das holen. Der Nahkampf müsste weg sein, wenn ich nicht irre. Hätte ich vorher machen sollen, ne? Oh, dieser biomesische Ausweis, ich schwöre euch. Der geht mir so um den Senkel. Aber egal, wir machen das jetzt anders. Da er ja seine Nano-Schwester drinne hat, werden wir jetzt so machen. Ich möchte nicht warten. Ich muss... Dr. Strange wird immer stärker. So, der muss geschwächt werden. Die haben beide auch noch einen Linderungsschub drin. So, das heißt, er müsste jetzt gleich down sein. Er hat jetzt dreimal Bluten drin. Plus Stragungsgrad. Das reicht nicht ganz. Müsste eigentlich... Ja, dank... Dank des Linderungsschubs wird's nicht ganz reichen. Aber ihr seht, wir müssen jetzt ganz taktisch hier schon arbeiten. So, er ist weg. War Machine hat sich verabschiedet. Er macht sich ein Schild. Das ist sein Fehler. So, ich werde jetzt... Ich werde jetzt... Ich werde jetzt... Ich werde jetzt... Ja, ich werde jetzt. Irgendwann werde ich. So, ich werde jetzt versuchen, auf Agent Alpha zu gehen. Die gefrorene Axt trifft schon mal. Das ist gut. Und sie macht die down. Wunderbar. Damit haben wir eigentlich gewonnen. Weil egal, wie groß sein Schild ist, wir haben Blutzorn drin. Und das sollte reichen. Ja. Das war's. 2 zu 0. Puh. Wichtig ist, dass wir uns in der Diamant-Liga halten können. Rang 1076. Wir kommen immer weiter nach oben. Wir waren ja am Ende, ich glaube, auf Rang 1109. So, und jetzt haben wir Iron Fist. Och, du Scheiße. 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 Molly und Iron Fist. Das ist eine perverse Kombo. So stark. Oh, ich hab Schiss. Ohne Scheiße, ich hab Schiss. Ich hoffe, dass Molly betäubt ist. Dann kommt die mit ihrem Zungerauschstrecken erstmal nicht ran. Nein, aber der Agent ist betäubt. Ich hab nämlich auch keine Ahnung, was er hat. Das heißt, ich muss Molly auf jeden Fall dreimal Blutungen verpassen. Das heißt, ich muss hoffen, dass jetzt beim Nahkampf kein Kombo-Brecher kommt. Dann kriegt sie dreimal Bluten ab. Aber er sagt nein. Er sagt nein. Das ist doof. Er darf nicht. Ich muss es riskieren und ich muss den Salutschuss jetzt einsetzen. Ich muss es riskieren. Ich muss Molly so schnell, aber wirklich so schnell wie möglich loswerden. Auch wenn es schief gehen wird. Aber ich muss es riskieren. Du brauchst Pölzs nicht drauf. Das Kind. Kombo-Brecher. Man kriegt es noch einmal. Jawohl. Okay. Jetzt kommt die Zunge raus. Wir haben noch 9000. Das Problem ist, da kommt gleich noch die Chi-Heilung auf uns zu. Ich werde es so machen. Genau. Ich sehe die Schriftrolle. Genau. 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 Jetzt müsste alles weg sein. Genau. Jetzt ist alles wieder weg. Aber was mache ich jetzt? So. Ich muss. Ich muss. Ich habe gar keinen. Und das geht daneben. Und diese scheißgefrorene Achse geht dauernd daneben. Und das geht natürlich jetzt auf ihr selbst. Was für ein bescheuerter Vogel ist das denn? Ist der bescheuert? Tut mir leid. Der ist bescheuert. Das war ein Fehler. Er hätte es auf Molly machen müssen. Das war sein Fehler. Aber wir profitieren viel von den Fehlern der Gegner. Jetzt kann ich nämlich drauf klatschen. Und kann Molly töten. So. Dann sind wir die los. Die sind wir los. Gut. Da kann uns jetzt schon mal keiner mehr mit ihrem Wutabfall auf den Sack gehen. Uiuiuiuiuiuiuiui. Na. Dich greife ich sowieso jetzt erstmal nicht an. Ich gehe nämlich jetzt ordentlich gepflegt auf Iron Fist drauf. Der muss weg. So. Zwei, drei. Nochmal. Zweitausend. Ich. So. Jetzt kannst du ruhig deinen Schuh lau nehmen. Du kannst dich erstmal nicht heilen. Das weiß ich. Ich hab dich ja selbst. Du musst drei Runden oder zwei oder drei Runden warten, bis du die Chi-Heilung wieder von vorne einsetzen kannst. So. 5000 hat er noch. Da ist eine Faust. Null. Berserker. Lässt das zu? Nein. Aber der Schaden ist mickrig. Dafür, dass die so viel stärker sind als wir. So. 2600 hat er noch. Buffs gibt's keine. Ich muss Ausdauer aufladen. So ein Scheißdreck. Combo-Brecher. Ich wollte gerade erst das Blut benutzen. Shit. So ein Schild. Vampir-Schwert. Er heilt sich. Aber er hat keinen Würfel oder so dabei. Er ist hier weg. Krieg ich auch noch eine Vergiftung rein? Nee. Krieg ich nicht. Das ging daneben. Und down. Da ist er weg. Super Sache. Direkt Ausdauer herstellen. Oh Gott. Das ist echt. Uiuiui. So. Jetzt bist du dran. Unterkühlung ist drin. So. Wir machen direkt Schluss. Schluss. Also ich möchte zu gerne auf jeden Fall ziemlich schnell Schluss machen. Damit es 3-0 steht. Da möchte ich gar nicht wissen wie die Gäste sind. Wenn wir in Vibranium-Liga sind. Irgendwann vielleicht sogar. Wir haben sogar die Möglichkeit da rein zu kommen. 4 Tage ins PvP-Finale. Und da werde ich natürlich ein paar Kämpfe mehr machen. So. Der war auf Rang 1009. Das heißt wir sind jetzt ungefähr auf Rang 1090 knapp. 1089. 1089. Wir gucken mal eben. Wir waren. Wo wir aufgehört haben. Rang 1104. Ich glaube ich hatte 1109 gesagt. Aber egal. Da sind wir fast wieder. Da sind wir fast. So. Wir haben noch keinen einzigen verloren. Und ich hatte beim ersten schon gedacht. Wir verlieren den. Wo ich gelesen habe. 23.000. 24.000 Leben. So. Und jetzt haben wir Growth und Iron. Das ist fies. Das ist fies. Aber es ist möglich. Der hat diesmal nur 16.000. Es geht ja nicht darum wie viel Leben er hat. Aber das ist schon ein Anzeichen für mich. Wie gut der Gegner ist. Ich wollte schon direkt erst die Kug einsetzen. Ich werde direkt wieder dran gehindert. Das ist scheiße. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich muss hier sowieso auf Growth. Muss ich generell drauf. Weil er schützt alles. Und er geht immer. Aber er geht auch wirklich immer auf Sabre drauf. So. Gehe ich volles Risiko? Oder gehe ich es nicht? Doch ich gehe es. Ich kann auch nicht auf die Schnauze fliegen oder nicht. Ich muss es riskieren. Der braucht Buffs, der Kerl. Jetzt kommt ein Combo-Brecher. Ja, ich wusste es. Mann. Aber ich musste riskieren. Aber macht er jetzt ein zweites Mal? Ja. Das heißt, es ist komplett unterbrochen. Einmal Strahlungskontakt drin. So. Jetzt ist alles bis dran. Mit Schie-Heilung wird er definitiv nicht nehmen. Das ist schlecht. Zack. Und jetzt kriegen wir noch eine rein. Oh, das wird schwer. Oh, Freunde. Das wird schwer. Ich sehe das jetzt schon kommen. So. Ausdauer brauchen wir jetzt schon. Da War Machine der Seile schon verballert hat. Da ich zu viel Risiko gegangen bin. So. Dann werden wir mal alles auflösen, was ihr habt. So. Er braucht Buffs. Und Schaden. Also 10.000 hat er noch. Bioelektronikistole. Die hasse ich. Glaube ich. Plänkler. So. Ich kann ja keinen Lückenfüller machen. Dank Iron Fist. Ich muss ja immer Angst haben, dass er das unterbricht. Nur ich muss ihn dreimal bluten verpassen. Der Typ, der braucht, der muss Pflanzling werden, damit ich in Ruhe auf Iron Fist gehen kann. So. 4, 5. Das sollte reichen mit Unterkühlung, Strahlung und dreimal bluten. Er ist jetzt definitiv ein Winzling. Danke. Beziehungsweise Setzling. Winzling. Haha, ja, Winzling ist er auch. So. Ich muss jetzt derzeit alles nutzen, um Iron Fist zu töten. Und ich mache genau einen Fehler. Ich war jetzt so versessen darauf, dass ich das falschrum gemacht habe. Das kommt von Plänkler. Glaube ich. Oh, das können wir jetzt vergessen. Der Berserker will nicht. Danke. So. Immerhin 2, 4 an Schaden. Wieder der Berserker. Wieder sagt er mir. Oh, macht er jetzt Herzensschulau? Wenn ja, weiß ich was ich will. Nein, er macht Schieheilung. Auf Grote. Ganz schlau gemacht. Ich bin beträumt, da habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh, toll. Das habe ich echt nicht mitgekriegt. Kampfsensor. Null. Zielfokus, genaues Ziel. Und jetzt geht es. Saures. Also er hat sich mich als Gegner ausgesucht. So viel habe ich schon verstanden. Vergiftet. Hinkend. Sagst du... Er sagt wieder nein. Letztes Mal hat bei Iron Fist überhaupt nichts an dem Kombobrecher stattgefunden. Und jetzt behauptet er alles kaputt. So. Ich muss wieder so machen. Ich schütze ihn. So, komm. Start, start. 7.000 noch. Komm, wir brauchen Schaden. Wir brauchen Schaden. Und... Zack. 5.4. Grote ist wieder dran. Er macht sich wütend. Warum auch immer. Er ist nochmal dran. Er macht sich einen extra Zug. Warum auch immer. Okay, das muss jetzt treffen. Es muss treffen. Jawohl. Damit ist Iron Fist weg. Wui. So. Auf den Agent gehen. Schon mal Schaden machen. Selbst Justizler-Maske. Die hab ich gar nicht. Macht Spinnenbiss. Abgewürgt. Baumkuschler. Und da liegen dann jetzt Spinner. Jetzt kriegt er auch noch Wucht hinzu. Aber jetzt können wir endlich den Lückenfüller anmachen. Jetzt kann ich den Agent verhauen. Oh, und wie ich den verhaue. Er lebt noch. Scheiße. Ich muss wieder auf ihn drauf. Aber egal. Holen wir uns Blutzorn. Weil jetzt ist Grote gleich wieder da. Aber der Agent ist weg. So. Damit hat sich das Blatt komplett gedreht. Obwohl ich gedacht habe, dass das wird schwer. Er müsste jetzt wiederkommen. Nein, immer noch nicht. Okay. Dann mach ich nämlich Ausdauer aufladen. Er kommt nämlich gleich wieder. So. Weil es sich das ganze Blatt gerade wendet. Das komplette Blatt. Gewendet hat. Werde ich das für die Heilung nutzen. Ich werde jetzt alle Buffs weg machen. Und ich werde anfangen, War Machine zu heilen. Damit ich den gleich volle Pulle polieren kann. Boah, das kann ich ruhig machen. Den Blutzorn, den lasse ich gar nicht vergehen. Obwohl, warte mal. Sabre darf nochmal, ne? Genau, er dürfte ja... Er darf theoretisch... Er darf ja nochmal. Er darf nochmal. Er darf nochmal. Und... Damit müsste er ja eigentlich tot sein. Genau! Scheiß aufs Warten. Drauf da. So. 4-0. So läuft's. So. 1100 ungefähr. Genau. Glatt drauf. Wenn wir den Kampf gewinnen, sind wir sogar wieder höher. Wie gestern. Aber dafür müssen wir halt den Kampf jetzt gewinnen. Und es kommt Aris und Herkules. Mit jeweils 21.000. Aris darf anfangen. Scheiße! Ehrlich gesagt, das ist also nicht ganz zum Schluss dran. Und das ist gerade eine ganz ekelhafte Verteilung. Dass er auf Sabre geht, habe ich mir fast gedacht. Wir können jetzt echt was durch die Fresse kriegen. Der Kampf ist... Der letzte Kampf ist der schwerste bis jetzt. Der ist betäubt. Alle! Alle! Die darf machen, was er will! Ach du Scheiße! Geschenk der Schlacht! Oh Gott! Oh Gott! Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss auf Herkules gehen. So leid ist es mir gut. So kriegt der wenigstens gleich mal Bluten ab. Ich muss den geschenkten Schlacht gleich mit der Schriftrolle von Angelop alles wieder auflösen. Aber ich darf ja nicht. Scheiße, habe ich vergessen. Ich darf nicht. Oh, ist das kacke! Dass er alles anfangen durfte. Oh, das ging daneben. Das ist Gold wert. Puh, kein Schaden genommen. Sabre noch voll. Grober Sand. Gold 940. Was macht das? Krieg ist immer gleich. Ja toll, aber da kommt der Berserker hin. Gott sei Dank. Ja, 4-9. Das geht noch. Er kriegt ja da jedes Mal 3000 Schaden für. Aber das tut gut zu sehen. So, ich darf nicht. So. Danach dürfen wir alle wieder. Sabre durfte ja, weil er immer zweimal darf. Dank seinen Steinen. Jetzt darf er übrigens einmal angreifen. Er geht auf War Machine. Habe ich mir fast gedacht. So, Bluten ist drin. Und verletzt. Berserker kommt auch für Ares ins Spiel. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja, ich werde jetzt wohl anscheinend... Ich werde das jetzt so machen. Ähm... Ich werde... Ich werde... War Machine jetzt opfern. Herkules muss verschwinden. Der braucht seine Dörfs. Er wird ja zuschlagen. Kriegt er auf jeden Fall nochmal 3000 abgezogen. Dann ist er nochmal dran. Und dann kommen die ganzen Dörfs hinzu. Das heißt, dreimal Strahlung, dreimal Bluten. Das sollte dann im Endeffekt... Wenn er jetzt gleich beim Zurückschlagen 3000 abgezogen kriegt... Sollte das reichen. So, der Herr kommt jetzt los. Und ich kann mich in Ruhe auf Ares konzentrieren. 6800 hat er noch. Das wird eine ganz enge Kiste, wenn das nicht zählt. Dann darf er nämlich nochmal zuhauen. Stein gehalten. Fliegt. 3000 abgezogen und weg. So. Jetzt probieren wir zu betäuben. Ich glaube, es hat beim Agent geklappt. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Ich muss Ares platt kriegen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Weil wenn der draufhaut, ist Ende im Gelände. Okay. Der Agent ist wirklich betäubt. Ich habe mich also nicht verguckt. Und wir hauen Ares weg. Wir hauen Ares weg. Der ist tot. Der ist tot. Dreimal bluten. Das überlebt der nicht. Allein schon, weil er unter 3000 Leben hat. Und jetzt sogar noch 1,4. Wir holen uns das Blutzorn wieder. Er darf nicht. Das heißt, wir können in Ruhe draufhauen. Wir haben den Kampf gewonnen. Wenn ich den jetzt noch verlieren würde, dann weiß ich auch nicht. Hui. Also ich habe echt Schiss gehabt. Ohne Scheiß, Freunde. Ich habe Schiss gehabt. So. Ich kann jetzt schon mal in Ruhe darauf gehen. Weil Ares darf nicht mehr. Kampfreflexe gibt es eh nicht bei Agent Mensa. Doch. Gibt es wohl. Scheiße. Ach, egal. Ja, wegen dem Salutschuss, ne? Ja, egal. Scheiß nicht drauf. Jetzt gucken wir mal, wie stark der ist. Kann ich hier nicht sagen. Er darf nicht. So, damit haben wir das Ding auch gewonnen. Und haben in der Diamant-Liga. Ihr müsst euch das reinziehen. Wir haben in der Diamant-Liga 5 zu 0 gewonnen. 5 zu 0. 5 zu 0. Also das ist krass. Wir sind auf Rang 1112. Gucken, was wir bekommen. 10 Kommando-Punkte. Jawohl. Das ist gut für die nächste Spezialoperation. Kann ich nicht. Da sind bestimmt wieder Helden dabei, die ich nicht habe. So, das heißt, wir haben jetzt 48 plus 54. Das heißt, wir haben schon mal wieder 102 Kommando-Punkte. Ja, und damit beenden wir auch diese Aufnahme-Session für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Beim nächsten Mal schauen wir, wie weit wir dann hier wieder runtergeknallt sind bei den Dingern hier, bei den Death-Kämpfen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wo es heißt, let's play Marvel Avengers Alliance bei der PvP-Saison 24. Bis dahin, alles Gute.